Der Rhein Kein Grund zur Panik Unsere schiffbaren Füße Sind hoffnungslos tot Das ist völlig normal, das Öl Keine Aufregung Ein Liter Öl Macht die millionenfache Menge Wasser unbrauchbar Das ist völlig normal, das Öl Das kriegen wir wieder hin Der Rhein gilt als die größte Kloake Europas Das ist völlig normal Und versorgt Millionen Menschen mit Trinkwasser Nur Geduld, nur Geduld, mein Lieber Soeben ist im Atomkraftwerk Ein Druckbehälter geplatzt Herr Ohnsorg, was soll das? Kann das in die Luft gehen? Sie wissen, unsere Sicherheitsvorschriften sind besonders streng Die Gefahr radioaktiver Verseuchung Ganzer Landstriche Infolge Reaktorunfälle Nimmt mit der Inbetriebsnahme Jedes Kraftwerk zu Darum kann unmöglich Die kleinste Kleinigkeit passieren Auch gibt es bisher kein Rezept für eine zufriedenstellende Lagerung Ich gebe zu, wir haben die Leute evakuiert Jodtabletten, Opium und Bibeln ausgegeben Nur zur Probe Es kann unmöglich die kleinste Kleinigkeit passieren Nur zur Probe Sicherheit über alles Nur zur Probe Sicherheit über alles Sicherheit über alles, sicherheit über alles, sicherheit über alles. Meine Damen, meine Herren, liebe Tappen, Staatsbürger, Bedauerliches Versieren, den Effekt zum Gegenschlag, singen wir ein letztes Mal gemeinsam, Einigkeit und Gäste und Gäste. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR